Der Affe, da kommen wir. Wir sind in der ersten Kurschule, Deutschland, Germany, auf 7. Und in der Kombination der anderen in der ersten Kurschule, 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 Jörg Schuess, in der ersten Kurschule, und Sebastian Wagenkirchen, in der ersten Kurschule. Das alles, was wir haben, unverbindlich und vorbehalten. Der Richtergespräch, mit dem auch noch folgt, schauen wir in die Hindernisse, schauen wir auf Sebastian Hess, der unterwegs ist, mit seinen 4 Spinnerpferden, im Marathon, im Nr. 2, schauen wir auf Bestzeiten, schauen wir auf BD Bönsken, der schnellste Nr. 4, im Moment, mit einer, 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 mit einer,